Ich habe ein paar neue Geräte im Superhero, wir schauen es euch an! Okay Okay, du gehst die schlechte Leute jetzt! Ich hoffe, du hast die hohen Pläne, wie dieser Ruf hier! Geh' ihm einfach einen Telefon! ... ... ... ... ... Das war's für heute. Das war der letzte Stuhl. Ähm. Hallo, sch***e Kinder. Wo sind Sie? Oh. Kann ich beide damit treffen? Ja, perfekt. Aha! Sajan, einen wunderschönen guten Abend. Wir haben uns ein bisschen umgestylt. Kann ich mal bauen? Ähm, minus 51. Oh Gott, der hält viel aus. Dann... Machen wir einfach mal den hier aus. So sehr. Alter. Das ist cool. Hahaha. Mh... Kann ich schon irgendwen... Ja, ich kann konzert nicht gehen. Ja. Du machst was? Ich war zu viel, dass ich nicht sch***e. Verdammt, Super-Craig. Zeig etwas Respekt zu deinen Kollegen. Warum starte jetzt? Na, das lasse ich nicht zu. Haha, du hast Schrooge. Tiefen Mann, B. Prefere uns um den Streit. Na, Winnie. Smash! Die mit meinem Stuhl auch nur lieber als mich. Deswegen schaut ihr das zu. Oh oh. Oh oh. Hartmann ist da echt tief in der Scheiße. Hier geht's. Und die kennen deine Videos aber auch. Ich hab's mit dem Sch***. Oh! Wir haben diese Leute! Don't mess this up, dickbag! Ähm... Okay. Gut gemacht, Brutho! Beware of the King! Kann ich nicht irgendwie... Also es ist rechts davon. Das heißt, wenn ich ihn jetzt da hin... Hm. Wenn ich ihn... Wenn ich ihn hier hinpacke... Ist es mein Turn noch? Wird glaube ich nur Cartman? Nee. Ich mach quasi einen nach da. Dann ist die, dann die drei rein. Dann wird nicht mal Cartman getroffen. Das könnte stinken. Ja! Jetzt kann ich Cartman-Diabedies nämlich aus der Reichweite bewegen. Ah, super Cartman getroffen. Fuck. Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ja! Eh! Das tut mir leid. Das tut mir leid. Super Crack! Ja! Das tut mir leid. Du bist dran. Du bist dran. Omega Crush extra. Ha! Ha! Diese Leute sind nicht für uns. Rückstoß-Kombo. Oh nein! Nein! Kann ich jetzt hier? Ihn kann ich weglasern, bevor der noch mal so was macht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ähm... Was ist Manscaping? Ist das sowas wie Man-Spreading? Frage an den Chat, wisst ihr was Man-Spreading ist und warum ist äh... Nippel-Twister? Ähm... Wisst ihr was Man-Spreading ist und könnt ihr mir dann auch erklären, warum das ähm... quasi das Schlimmste ist, was man als Kerl machen kann, weil es mega sexistisch ist? Ja! Ein anderes Schlimmste ist vor der Macht von Kuhn und Freunden. Meine Zeit. Es ist Zeit... ... für... ... das Meerschweinchen. Also ich muss ja zugeben, ne, die Meerschweinchen-Ulti ist schon ziemlich geil. Von denen, die ich aktuell hier dabei habe, ist das aktuell echt meine Liebste. Macht zwar nur viel Schaden gegen einzelne Ziele, aber... ... trotzdem. Sehr, sehr geil. Uh, sweet! Ja, ist ja gut, Mrs. Cartman. Ich verteil schon deine Karten. Ja, und das ist sexistisch. Ich möchte einen die Gesellschaft zumindest, äh, glauben lassen. Was machst du hier? Wow! Das ist wirklich hoch! Das letzte Mal, als ich so hoch war, hatte ich Sex mit einer großen, schwarzen Beachtel. Oh, du hast mich gefunden! Well, du steigst hier, zumindest kann ich es als Selfie machen. Nice! Wer auch immer Simon ist. Cool! Ah, okay. Wir haben den durchgedreiften Kumpel. Oh, okay, Morgan. War nicht zuerst. Hm. I can see my house from here. Okay. Ah, Moment. Kann ich das Feuerwerk verschieben? Ich nehme Feuerwerk. Cooles Selfie. Für meine Influencer. Äh, für meine Follower. Mann, wir sind wirklich hoch! Ah. Cool. Jetzt craften wir hier oben die mächtige neue Waffe. Aber nicht die kosmischen Klammern. Sondern... Den Käse Schrimparito. Jetzt habe ich irgendwo auf Mexikanisches Essen. Das ist ein bisschen chillig hier. Ich wünschte, dass ich mein Kostüm hatte. Lass uns das machen! Ja! Ja! Ich bin wirklich gut an das. Bis zum nächsten Mal, Mann! So, und gehen wir ins Gitas Weinbar. Wir teilen Mrs. Karten ins Karten. Hä? Adult Tutoring? Ich brauche nichts. Ich brauche keine... Hm. Na, danke, Kind. Hey! Du bist der Superstinker in den Karten! Danke. Ich habe ein paar neue Sachen, Kind. Wir nehmen uns nicht in den alten Inventoren hier. Mhm. Okay, jetzt geht's! Hm. Ich denke, Geometrie. Was? Natürlich. Du hast mir einen Lied auf etwas heißes Tutoring gegeben. Wow. Mr. Donovan, du machst mich fällig, guter Mann. Danke, Karten. Es ist nicht Halloween yet, little boy. Ich habe keine Karten. Ich habe keine Karten. Oh. Was ist das? Ich könnte ein bisschen refresher, natürlich. Miss Cartman ist wieder arbeiten? Well, well, well. Oh. Oh, ja. Das ist gut. Oh, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich und die Member Berries. Oh, schade. Aber kann ich hiermit noch irgendwas? Die Mobster haben es gekommen, hast du mich gefragt. Hm. Ne? Okay. Haben wir neue Artefakte? Einen neuen Artefakt Slot? Das stimmt. Oh, epischer Arang. Neues. Oh, epischer Arang. Der Ernte von Kongol ist deutlich besser. Müssen wir eigentlich nur noch hier die... Was ist das? Mum? Hm. Die Dinger müssen wir eigentlich ändern. Was machen die? Status Effekt Schaden. Ich hab noch nichts mit Status Effekt Schaden wiedergefunden. Kann ich was craften mit Status Effekt Schaden? Ähm. Ne. Sind immer noch nur normale göttliche Verstärker. Warte. Geh. Kann das sein? Nein. Ah. Sehr schön, Flo. Alle fertig gekriegt? Das ist ein interessantes Schau, das du mitgebracht hast, Junge und oder Mädchen. Ich sehe nicht gender. Ah. Eher ein safter Kurbel der Erinnerung ins Bärenfarm. Okay. Wofür auch immer ich das brauche. Oh. Wo? Ah. Vielleicht auf dem Ding? Irgendwie hab ich den Abflugsort noch nicht gefunden. Ach. Von da? Oh Gott. Gut, das hätte ich wissen können. Wissen müssen. Ja. Ah. Oh Gott, da hab ich gerade in den Chat geschaut. Das war ein bisschen dämlich. Nochmal. Außer. 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 Bitteschön. Außer. Außer. Amazone Kast夏. Wollen wir mal aus? Ja. Hord ich jetzt hier wieder auf? Aaaaaaaah. Whoa. We did it new kid? Nice. Amazone Kastien. Okay, dann geht es jetzt zu diesem komischen Laden. Können wir hier die Schnellreise irgendwie benutzen?